Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, weil ich spiele mit mir Apps und Games und heute geht es weiter mit Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4 und wir sind immer noch im Jahr 1, selbstverständlich beim Jahr Stein der Weisen, oder beim Buch Stein der Weisen, so. Beim letzten Mal waren wir fleißig einkaufen in der Winkelgasse, na, warum will der denn nicht? So, einmal bitte rein, Harry. So, jetzt aber. So, das sind die Missionen, die wir schon hatten. Wir sind jetzt bei Gleis 9 Dreiviertel, wir wollen nach Hogwarts. So, Geschichte bitte. Und jetzt müsste eigentlich eine Zwischensequenz kommen. Ja, wir sind hier King Cross in London. Ja, 9 Dreiviertel, das gibt es doch gar nicht. Oh, die kennen wir doch. Oh, wo geht es denn mit denen? Hey, hey. Ich will auch. 9 Dreiviertel. Das ist korrekt. So, wir sind im Gleis 9 Dreiviertel, der Zauberer. Einige Schüler haben ihre Sachen verloren und halten ihren Zug auf. Kannst du ihnen helfen? Ja, selbstverständlich. Wir sind auch hier Feuerwehrmann. Wir müssen hier alles machen. So zurückkommen wir nicht. Wir sind hier am Gleis. Und da ist der Zug nach Hogwarts. Der Hogwarts Express. So, was mit dir? Junge, ich habe meinen Fahrcad verloren und der Zug ist bereits abgefahren. Dann habe ich es mit dem Müll einfach. Dann habe ich es mit dem Müll einfach. Ja, keine Ahnung. Ne, alles kaputt. Aber eigentlich muss ich mir hier ein bisschen helfen. Und hier ist doch fast. Okay. Wie geht das denn? So, jetzt aber. So. Gut, das hätten wir. Wo liegt sonst noch was an? Na, da vorne. Nochmal ein Kreis. So, das sollte jetzt ein bisschen schneller gehen. Yes. Wir holen noch gleich den Hogwarts. Sind wir schon zaubernd. Naja, gut. So, was gibt es oben zu tun? Ein toller Bahnhof. Auf der anderen Seite gibt es bestimmt auch noch was zu tun. Ja, selbstverständlich. Ich finde das verlosene Repäck. Das finden wir doch gerne. Aber vorher. Wir haben hier noch alles klar. Toll. So, und dann gehen wir mal hier vorne. So, Mädchen. Ausgezeichnet. Das führt mich davor bewahren, mir an meinem ersten Tag einen Heuler einzuhandeln. Ja, bitte. Helfen wir doch gerne. Gib sie den Schülern. So. Lass mich nicht in den Zug. Wir haben denn nicht. Okay. Wo müssen wir denn hin? Was müssen wir denn den Schülern geben? Das Gepäck oder... Stehe ich nicht. Mit dem hier reden. Du kannst den Zug nicht losfahren, bevor alle an Bord sind. Ja. Das stimmt wohl, aber... Okay. Vielleicht hier. Vergiss dich deine Hausaufgaben zu machen und trage jeden Tag saubere Socken und Bäume deine... Rügelig, Liebling. Sie werden das schon meistern. Wir sehen uns Weihnachten. Ja. Stimmt. Oh, das Gepäck wollte ich gar nicht Gepäck machen. Na ja, gut. Ein weiteres Jahr, ein weiterer Abschied. Sie werden so schnell erwachsen. Ja, das stimmt. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Vielleicht zu dir? Mein erstes Jahr in Hogwarts. Ich bin so aufgeregt. Ja, auch unser erstes Jahr. Vielleicht kommen wir ja in die gleiche Klasse. Oder ins gleiche Gebäude. Oh, wie ich Hogwarts vermisse. Ja. Ich auch, aber... Was willst du denn jetzt hier machen? Das verstehe ich nicht. Hör. Hör. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Warum geht das denn nicht weiter? Aber wir können auch schon hier wieder... Sind wir Ron? Ich glaube, da sind wir Ron. Ja. Das verstehe ich nicht. Warum kommen wir denn hier weiter? Ich glaube, wir können auch hier... Ich glaube, wir können auch hier... Da müssen wir das Ticket finden, ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ja, jetzt glaube ich. Okay, danke schön. Jetzt kann ich mich entspannen und die Fahrt genießen. Okay, alle an Bord des Hogwarts Expresses. Machen wir doch gerne. Okay, alles klar. Das war die Mission im King's Cross. Leute, beim nächsten Mal geht es dann selbstverständlich weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim neuen Teil von Lego Harry Potter. Wir werden natürlich die Geschichte fortsetzen beim nächsten Mal. Leute, wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen hoch. Und wenn es euch kein Gefallen, Daumen hoch. Und Leute, kein Problem, aber lasst doch ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschaui! 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 テis